Wir gehen zum Pestolet in ein Trappendierfer zaubern. Aha! So, hier werden wir zaubern, alle sind zaubern. Habara, bababara, rababara. So, oh, oh, jetzt nicht hineintreten. Ho, 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 ho. So, liebe Kinder, das Krokodil, es ist ein Tor. Und hier ist ein Auge voll. Ja, 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 ja. Hm, Peter, was ist denn jetzt los? Was? Eine Zauberpalle? Vom Zauberer Tatemann? Himmel, ich brauche eure Wiese. Ich gehe jetzt dort rein und dann rühren wir alle zusammen, drei Mal ganz, zwei, drei, 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 vier, drei, drei, vier, drei, 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 drei. Rupp, hau, rupp, hau, rupp. Ja, was ist denn hier? Zauberer, du alte Spinatbürke. Ich bin raus aus deiner Zauberfalle. Ja, ich bin raus aus der Zauberfalle. Da, schau her, da, auf den Kippenbisschen, da. Lauf los ab, du alte Spinatbürke. Grüß dich. Ja, ich bin raus aus der Zauberfalle, da, auf den Kippenbisschen, 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 da Vielen Dank.